War nicht schwer, dich zu finden, Toretto. Die Crew, hinter der wir her sind, schlägt blitzschnell zu und verschwindet wieder. Ich hab diese Crew durch zwölf Länder gejagt. Ich brauch deine Hilfe, Dom. Und dein Team. Was geschafft! Ein Thema steht über allen Fast & Furious Filmen. Familie. In einem besonderen Sinn. Figuren mit den unterschiedlichsten Backgrounds sind das Herz des Films. Ich weiß, dass sie eine Familie sind. Ich biete ihnen die Chance, ihre Familie wieder zu vereinen. Sie helfen uns, an Letty ranzukommen und erlassen uns alle unsere Strafen. In Teil 6 begegnet jeder der Liebe. Jeder Zuschauer identifiziert sich mit einer Figur, unabhängig von Nationalität oder Geschlecht. Sie tun es. Ich bin sehr stolz auf unseren Multikulti-Cast. Jeder hat seinen Moment, in dem er im Mittelpunkt stehen kann. Zuschauer verschiedenster Kulturen und Nationalitäten erkennen sich selbst auf der Leinwand. Ich bin eine Weltbürgerin. Es ist schön, gleichberechtigt zu sein. Wenn es nicht mehr heißt, das ist doch der Asiate aus den Kung-Fu-Filmen. Ich liebe es, nicht nur einfach die Latina zu sein. Nur weil du weißt, wie ich fahre, heißt das nicht, dass du mich kennst. Zeig mir, wie du fährst und ich sag dir, wie du bist. Dieses vielfältige Ensemble macht die Filme zu dem, was sie sind. Eine internationale Familie in einem weltweiten Franchise. Fast & Furious 6. Ab 23. Mai im Kino. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020